Jo Leute, was geht Faxi hier? Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch den Auftrag für Gegnern bei Huntershaven, dem Obstgarten und Tweetel Row. Schaden zu, ja. Danke, also lasst doch gerne ein Like und Abo da, würde mich sehr freuen. Wir sind gerade auf dem Weg zu den 110 Abonnenten. Also, was wollt ihr eigentlich für ein Special haben? Für ein Special wegen den 100 Abonnenten? Falls ihr irgendeine Idee habt, dann schreibt es mir in die Kommentare in dem Video, was ich euch in der Kanalbeschreibung verlinkt habe. Wollt ihr, dass ich euch grüße? Oder findet ihr es eine gute Idee, wenn ich Leute am Anfang meines Videos grüße? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. So, und, und, Ogres 돼. Komm, dann 급、 dann... Komm, dann bitte zu mir. Na, egal. Malte? die ditte los kommt an die macht bist du ein bot ich glaube ja das ist ein wort ich habe mehr waffen als du hier haben wirst ha 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 wenn du ruhig den luten da haben ich glaube die meisten gegner landen an das helfen oder wieder ja okay wir landen ja okay ich hoffe dann wird aktualisiert der moment wenn man nichtmals die hälfte von einem eingesammelt hat oder was ist es doch die hälfte ja es doch die hälfte sogar mehr als die hälfte ich brauche 21 damit ich weniger als die hälfte habe oder eher gesagt die hälfte habe ja natürlich direkt gold nacken danke epic games also kann ich nicht spielen mit nur eine ak was nicht so gut das ist die und fast fast bitte die solo direkt finischen nein 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 bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal